Peter von Seers war ein königlich-preußischer Generalmajor, Chef des Garnissansregiments Nummer 2 und Kommandant der Festung Pillau. Seers gehörte zu den Flüchtlingen, die Frankreich nach dem Edikt von Nantes verlassen hatten und sich in Brandenburg niederlassen konnte. Um 1674 unter Kurfürst Friedrich Wilhelm trat er der Armee bei. Im Jahr 1692 wurde er im Infanterieregiment Nummerleutnant, am 5. April 1705 Oberstleutnant und im Jahr 1718 Oberst. Als solcher wurde er in das Regiment Nummer versetzt. Mit diesem Regiment kam er im Januar 1725 nach Pillau. Dort erhielt er die Kommandantenstelle und das Garnisonsbataillon. Im Jahr danach 1726 wurde er zum Generalmajor ernannt. Seine Frau war eine geborene Françoise Sankt-Laurent, Tochter des Conseil au Parlement des Oranges-Louis-de-Sankt-Laurent. Sein Sohn war der Generalmajor Philipp Loth von Seers. Er wurde auf seinen Wunsch hin in Burglochstedt beigesetzt. Sohn war der Generalmajor blaitionen der Wunsch-Jer, Bahn Berlin, Forschung�كن, Verbotase M sentiert. Vielen Dank.